Lena Schiviora ist wieder Single Die Ex-Love Island Beauty bestätigt noch im Dezember 2022, sie ist glücklich in einer Beziehung. Doch jetzt erklärt die Influencerin gegenüber Promiflash, Ich habe die Beziehung beendet. Ich hatte sehr oft Hoffnungen und habe mir gewünscht, einfach nur glücklich zu sein. Doch es waren leider nur leere Worte und Versprechungen. Über die genauen Trennungsgründe möchte sie zwar nicht sprechen, betont aber im Interview, Ich möchte einen Mann an meiner Seite, der genauso viel und gerne gibt, wie ich es in der Beziehung tue. Einen, der loyal und ehrlich ist und dem ich vertrauen kann. Der einstigen Temptation Island Kandidatin geht es langsam wieder besser. Vor allem ihre Freunde und Familie sind für sie da und geben ihr nach der Trennung den nötigen Halt. Zu ihrem Ex hat Lena keinen Kontakt mehr.